So freuen sich die Hunde, wenn man nach Hause kommt, wenn man zwei Stunden, ja, okay, drei Stunden weg war. Wuff, wuff. Ja. Ja, alles ist gut. Ja, wir waren im, wie hieß das jetzt, Dinosaurier, äh, äh, das Reich der Giganten, so hieß es, genau. Oh, okay, dann bringen wir die Karten, wie geil ist das denn? Sag mal her. Da waren wir, super cool. Also wir waren schon mal da gewesen, vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder so. Und, ähm, Xenia hat die Karten günstig gekriegt und da haben wir gesagt, ach, gehen wir nochmal hin. Und diesmal waren wir, ja, ich glaube die zweitbeste, ähm, was ist das Reihe war das, glaube ich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall relativ weit vorne und man hat natürlich deutlich mehr gesehen. Und das war, ja, sehr cool, sehr spektakulär. Es hat sich ja nichts verändert in den sechs Jahren, aber trotzdem, äh, war es sehr, sehr schön anzusehen. Und es ging so schnell vorbei, das waren zwei Stunden, ging die Show ungefähr. Also knapp zwei Stunden. Und es hat sich angefühlt wie zehn Minuten. Also, es war nur 1,20. 1,20 waren es? Okay. Es hat sich auf jeden Fall angefühlt wie zehn Minuten, das ging so ratzfatz vorbei. Und, ähm, ja, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wann das wieder mal irgendwo ist oder so. Auf jeden Fall schaut euch das an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Genießt das. Das ist echt cool gemacht, sehr gut gemacht. Und die Dinos sehen echt krass echt aus. Also, die sehen schon sehr authentisch aus. Ich werde mal noch ein paar Videos einblenden. Ich bin nicht mal Dino-Fan, aber ich finde es auch echt cool. Die sind so geil gemacht, die Dinos. Ja, auf jeden Fall, ja. Die sich bewegen und das. Zeigst du uns was? Ja, ich zeige einfach Szenen, genau. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das ist doch ein Baby. Das ist so viel wie zwei Zehnjährige. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer wie viel Uhr auch immer ihr das Video anschauen werdet und wir sehen uns im nächsten Video Tschüss!